Die eine, den einen oft... Achso, jetzt hört man mich auch noch. Ja, komm, dann töte ich mich halt. Wo ist hier jemand, der mich töten will? Da, komm. So. Jetzt machen wir es doch mal richtig hier. Ja, das ist halt Licht. Das ist echt ein Problem. Da muss ich aufpassen. Wurde es einfach kaputt machen. Oh, fuck, ist da. Diesmal nicht. Mal gucken, bis wo geht der. Nicht bis hinten, okay. Und du bist auch tot. Auch hier rein, zack. So, hier noch jemand. Nö, scheinbar nicht. Ach, so. Nur. Alle drei treffe ich auf jeden Fall nicht damit. Was wäre denn, wenn ich so mache? Dann treffe ich... ...aber nur ihn. ...nö... 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 ...mach nicht so. Ihn zuerst. Weil er nicht betäubt ist. Ihn danach. Und ihn danach. Bam. Und alle drei weg. Na also, war das jetzt Pro-like oder war das jetzt Pro-like? Ach so, ist das jetzt noch hier irgendwie? Ja, Gott. Meine Güte. Ich habe mir da meinen eigenen Weg gesucht. Los, hier ist so eine Tür, durch die ich nicht durchkomme. Ach, da musst du lang. Oder? Nee. Hä? Ach so, ja, nee. Ich muss hier die Sachen zerstören. Na genau. Wie hier alle Türen abgeschlossen sind. Muss dann jeder, wenn er hier einmal durch will, dann irgendwie da aufschließen. Zwei Minuten oder was? Das ist wieder so eine Elite-Waffe hier, ne? Oh, ich habe langsam keine, keine Sachen mehr. Aber wieder läuft er hoch. Äh, ach nur. Oh, fuck. Haben die mich gesehen? Blonde. Ja, die haben mich gesehen. Ach, da war ein Hebel. Okay. Wow. Hehe. Der wundert sich nicht, Mann, ne? Ich wurde nicht... Wurde ich jetzt hier entdeckt oder was? Meine Fresse, ey. Gibt's doch überhaupt nicht. Wo wurde ich denn bitte entdeckt, da? Der hat eine halbe Sekunde lang irgendwas gesagt bevor er gestorben ist, ja. Ja. Ach ja, als ob der da reingucken kann, ey. Ach komm. Jetzt aber. Diesmal nicht erwischt. Alles gut. Wie soll man diese Laser auskriegen? Ja. Hauptsache nicht im Licht. Alles gut. So. Ach so, der Pilot hat ne Waffe? Was? Mein Hubschrauber. Mein Hubschrauber. Mein Hubschrauber. Ach so, ich dachte, sie können so wegfliegen oder so. Schade. Ja, haben wir irgendwie nicht geschafft, ohne entdeckt zu werden. Egal jetzt. Müssen wir da jetzt lang? Nach da links. Okay. Eigentlich haben wir hier alles ausgeschaltet. Können wir auch mal ein bisschen schneller laufen. Die Tür ist zu. Machen wir es wohl so. Ah ne, muss ich mal kurz gucken. Die Tür noch ein bisschen aus der Range läuft. Hört aber trotzdem noch. Jetzt nicht mehr. Also hat er es doch gehört. So. Dreh dich ruhig um. Geh zurück. Woah. Ich wollte schon sagen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Jetzt sehe ich gleich, ob das funktioniert hier so. Ja, steht doch jemand hier, oder? Jo, passt. Du, all of you, kann ich mit deinen Leben sein. Ja, das war jetzt nicht so die perfekte Runde, leider. Wieder nur 4 von 9. Ach, das ist nicht gut. Ein großer Ninja befindet sich stets auf einer, was? Ja, das findet sich stets auf einer. Ja. Hm, was könnten wir noch machen? Gleitkick. Allerdings durchdrücken. Ahnungslose Feinde aus deinem Versteck heraus. Kann ich mir eh alles nicht leisten. Äh, verbesserte dein Schuhwerk. Ja, das machen wir mal. Jetzt sind wir leiser. Können wir schneller laufen und sind trotzdem leiser. Ja, ich möchte immer noch nicht den Pfad der Macht. Und ja, ich behalte immer noch meine Rauchbomben, weil die voll Ultra sind und meine Stachelminen. Ahnungslose Feinde. Karajan hat sich selbst in seiner Tauere gebrochen. Und von was ich gehört habe, zwei separate Gäste haben die Schlüsse, um in zu kommen. Wir müssen beide von ihnen finden. Ach, ich darf sie nicht töten. Ich muss sie... Oder vielleicht darf ich sie auch töten, aber ich sollte sie aber wahrscheinlich nicht töten. Was ist da drin? Wie komme ich da rein? Das interessiert mich jetzt mal. Okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das funktioniert. Da muss ich irgendwie später lang, glaube ich. Hier sieht genau aus wie der Pilot. Gut. Wir warten jetzt erst mal. Und das ist immer noch nicht checken. Oh ja, ist auch schon komisch, dass die Licht jetzt ausgegangen ist. Wow. Oh fuck. Nein. Oh mein Gott. Ich wollte da nicht runter springen, ich wollte an der Wand hängen bleiben. Hier ist er. Er hat den ersten Schlüssel. Hier geht aber eh ein Alarm los gleich. Ähm... Hier geht aber eh ein Alarm los gleich. Ähm... Ja, da komme ich nicht durch wegen dem Laser. Okay, der Laser scheint jetzt aus zu sein, hoffe ich mal. Ja. Ja, der Laser ist jetzt aus. Sehr gut. Und das heißt, wir können jetzt wieder hoch. Und das heißt, wir können jetzt hier hin. Töten, hängen. Ich müsste ihn doch jetzt irgendwie... Ich will ihn nicht töten, ich will doch nur das Ding klauen. Ach so, klar. Auf einmal merkt er das jetzt, ne? Wollt ihr mich verarschen? Na, wir gehen erstmal hoch und dann machen wir das. Ja, genau. Schaut mal nach am besten, ob dann vielleicht irgendwas ist. Das wäre natürlich schlimm. Ja, da ist nämlich gar nichts. So, was ich jetzt mache ist nämlich eine Rauchbombe auf euch drei. Auf den ersten. Auf den zweiten. Den dritten. Den dritten. Äh, okay, ich habe trotzdem eine Schlüsselkarte bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das hätte klauen können, ohne dass die anderen beiden das mitbekommen hätten. Leider. Mag an mir liegen, aber... Ja. Okay, erste Tür ist offen. Ach, wieder so eine Mission, okay. Worum geht's diesmal? Ein Ort für alles. Da fuck. Ja. 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 Ja.